hallo ich bin's euer stormy stormy zeit isaac und seine mutter lebten allein in einem kleinen haus auf dem hügel isaac beschäftigte sich mit sich selbst und beschäftigte sich mit seinem spielzeug als seine mutter während seine mutter christi christliches fernsehen guckte beide waren glücklich bis zu dem tag an dem seine mutter eine stimme von oben hörte dein sohn wurde korrumpiert er muss gerettet werden ich tue alles ihn zu retten mein herr sie rannte in to in isaacs zimmer und nahm alles von ihm was ihm so zu verbreiten könnte so gedacht isaac ist immer noch korrumpiert du musst alles von ihm entfernen blablabla und die mutter macht's halt so schnell kann ich das nicht und seine mutter hörte nochmal die stimme du hast gemacht was ich dir sagte doch ich muss eine letzte bitte an dich stellen um dein glauben an mich zu testen ja mein lord alles um deine liebe und deine defo naja jedenfalls muss der isaac das opfer sein das sie bringen muss als ultimativer opfer ja hallo und sie nahm ein messer ein fleischer messer aus der küche und isaac zitterte und bebte vor angst und suchte an den seinen versteckten und er entdeckte eine 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 falltür und das haus als seine mutter durch die tür sprang er hinab jetzt bin ich ins schwitzen gekommen ja willkommen zu the binding of isaac ein projekt das ich schon vor einer ganzen weile machen wollte ja die teile haben alles blablabla passt müsste alles stimmen und jetzt sind wir dabei und ihr seid also wir alle ihr seid mit mir dabei isaac durch die dunklen tiefen unter dem haus zu führen durch das keller geschoss die keller geschosse und sonstiges ja ich würde es also ja was soll ich vor vorneweg noch sagen ich habe ein bisschen geguckt um was es in dem spiel geht und ja eigentlich geht es ja gar nicht so lang ein durchlauf müssen so drei folgen oder so sein ich weiß habe ich will jetzt nicht was falsches sagen also ich gucke jetzt mal ja jetzt guck mal halt mal dann wie es euch gefällt wie spaß macht wie es mir spaß macht wie ja blablabla jetzt starten wir einfach mal und dann guck mal um was es hier geht in dem spiel weil für mich ist das nämlich auch blind ja so sagt man blind ja die anderen sind alle noch gelockt ja da gucken wir mal dass man die frei spielen und vielleicht mit denen noch durchläufe machen aber jetzt beschäftigen wir beschäftigen wir uns mit isaac ja also wir können schießen also ich mache das jetzt hier mit meinem gamepad weil ich das auch ein bisschen ruhiger finde ich werde es mal das gamepad wie immer wie ihr es mir wie ihr es von mir gewohnt seit vergewaltigen ok meine einzige bombe das kommt davon wenn man quatsch macht und hier haben wir komische viecher die zu kopflose kopflose meine fresse sowas passiert wenn ihr den kopf hängen lasst meine kinder zu oft hängen lasst also ah seid nicht so ja da haben wir unsere bombe wieder das ist doch schön so kann es weitergehen ach was ist das wir heulen wie ihr seht die gegner kaputt also ich werde glaube ich hier ein bisschen öfter schreien das gute ist man kann den knopf gedrückt halten geht es schneller wenn man öfter drückt geht nicht schneller ja was die krone also das ist der gegner der totenkopf die krone ist ein item was haben wir da ist das set an ihren tiers ab die frau scheiße ok das drecksfeuer ich weiß jetzt nicht ob da irgendwas rauskommt oder sonst was hey was ist kann man vielleicht ach scheiße schade ja man merkt ich hab da wenig ach ja envy was ist envy nochmal war das neid oder sowas misskunst oder irgendwie sowas oder eifersucht oder ja was auch immer ich kann es ja nachher nochmal reinschreiben wenn es nicht stimmt was ich da für ein quatsch plapper aber ja bisher ist das ja noch nicht allzu schwierig das spiel ne alter oh gott vielleicht sollte ich die fresse nicht so weit aufreißen den großen will ich eigentlich noch gar nicht so kaputt machen ich will erstmal die kleinen drecksviecher wegkriegen das ist mir sonst hier ein bisschen zu viel aber die trifft halt kaum die scheiße scheiße die hässlichen vier überall liegt hier leichen gewärmen blub und rot und und fies und eklig und leckeres spiel also das ist nein scheiße jetzt heult er ja richtig oder war das wegen dem tiers ab der wird voll vergewaltigt während dem spiel das echte hammer verdammt scheiße ich brauche leben aber dringend auch noch gott verdammte scheiße noch eins nein man aha ja das ist nett ohne ne bombe können die nicht irgendwie auch gott ja cool scheiße zum hier ist scheiße das ist nett ah ja kommt hier runter das ist doch lieb ja oh nett der blutet aus sag mal das vielleicht muss man das spiel als 818 kennzeichnen oder so ich weiß es ja nicht also so ein bisschen fragwürdig ist halt ist halt comic blut und comic eingeweide und comic na sag mal das rote beete saft dann können auch die jugend auch kann auch die jugend das angucken toll und ich komme an das scheiß ding nicht ran das ist wieder der geilste anfang ich habe ja schon mal ein level gespielt ein levelchen um zu gucken worum geht es eigentlich und ja das ist bis jetzt ist es noch nie so behindert gelaufen wirklich ja dann machen wir den zwilling mal putte putte oh gott ey ok 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 ich fühle mich so ein bisschen unter druck gesetzt bei dem wie ich das verfolgt einen wie blöd die ganze und dann darfst du alter da musst du die ganze zeit in bewegung bleiben das gibt es doch echt nicht ja klar der kann durch die steine durchlaufen oder was meine fresse komm 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 nein was eigentlich alter schwede also so ein bisschen also durchhalten muss man halt so ein bisschen geduld haben bei diesem boss ich wünschte ich hätte ach klar das ist echt das ist echt wie wie hier ja also dieser post erinnert mich so ein bisschen ein bisschen an das erste zelda spiel ich meine das ding hat sowieso ein style vom ersten zelda spiel aber der hier ganz besonders an erinnert mich an diese drachenbosse wisst ihr vielleicht kennt ihr die noch aus dem ersten zelda ja vielleicht würde ich die auch mal verlinken oder sowas habe ich jetzt eigentlich gekriegt jetzt habe ich nicht aufgepasst okay gehen wir halt in den nächsten dunklen ort ja gut okay die haben ihn nett behandelt auf jeden fall ja was ist denn jetzt hier ach na na geht weg egal die können einen berühren wahrscheinlich nur der der schwarze sollte mich nicht so berühren okay okay ich habe nichts gesagt das ist meine fresse oh moni die werden äh okay die sind am feuer draufgegangen oder was nett so das ist doch wunderbar so schöne musik schön dunkel die kacke mal aufräumen was ist das das können wir mit kuh benutzen jetzt müsste ich nochmal überlegen wo ich kuh hingesetzt habe ich glaube ich habe es auf die schultertasten gesetzt und hier kommen wir nicht durch weil da fehlt uns ein schalitzel ein kiechen ein öffner oh gott sehen die hässlich aus dann ist sich das wirklich nur eine mutter geben kann ja ja ich hinterlassen jetzt alles sowas hässliches da haben wir schon das kiechen ja dann gucken wir mal was dann was das was ist das xx also 11 ach so ach so ach jetzt habe ich es ausgetauscht pilz hier oh 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 aha muss mich entscheiden ich weiß noch nicht was was diese dinge halt machen diese items ich kenne mich da ja noch nicht so aus vielleicht sollte ich einfach mal kann ich da wieder ran oder komme ich wieder ran ans item okay ich habe so das gefühl das hier setze ich mal das setze ich mal gleich irgendwo ein wo es geht ah das ist doch schön auch so eine art ja geisterherz das keine ahnung wann aufgebraucht wird dann bitte gib mir noch mal eine bombe raus weil bomben verdammt nochmal und das für ein geldstück ich weiß dass es sowas wie magneten gibt der war da echt nicht schlecht um einfach in diese items ach nö du was nö nö alter juhu ach mein fresse nein uah aber oh alter ach meine fresse ist es immer knapp soll man da jetzt reingehen bin ich da kann dich da eigentlich jetzt runter ach so da unten ging es auch noch lange ah ja ja was soll ich weine dich kaputt du Bastard pass auf oder ich weine es gibt es schon nicht und ich habe wieder kein bümske ich habe echten chronischen bombenmangel das gibt es doch nicht und ich habe keinen Schlüssel gar nichts das das wirklich äh depressing ähm ja also scheiße ich tue mal das einfach einsetzen äh keine ahnung was das jetzt gemacht hat äh was zum ich habe keine ahnung was ich gemacht habe ich wollte einfach bloß das ding benutzen und äh 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 die veteranen werden mich ja auslachen was ich ja für ein riesen scheiß mach aber ja isaac vs larry jr ja larry jr der uaah scheint nicht aua 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 piss dich ein let's player erwähnt was das heißt ein bisschen peinlich ist ja schon sowas zu wissen also also ja back to main menu back to main menu wenn es euch gefallen hat daumen hoch und wenn ich euch gefallen habe könnt ihr mich ja abonnieren das würde mir ungemein helfen mhm wäre sehr freundlich sehr sehr freundlich sehr 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 freundlich unbeschreiblich freundlich ich wäre glücklich froh glücklich glücklich froh und glücklich und ja dann bis zum nächsten mal tussi